so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute zocken wir mal eine weitere runde mit dabei ist der janik ja und ich würde sagen reden wir nicht weiter kommen sag mir direkt mal wer soll auf meine position linker stürmer elf du hast falsch rum gemacht linker stürmer ok rechter stürmer zwölf rechter stürmer zwölf ok dann bekommst du in den linken flügel die neuen in den rechten flügel die sieben und in den sturm bekomme ich hier die 1 die nummer uno dann kriegst du die 1 die 10 die 10 7 8 9 10 ja ok und dann noch deine normale schulnote die 6 dann tust du in der mittelfeld 10 11 und 12 ja es hat geklappt meinst du dass sie die gedanken genommen haben die wir gedacht haben und wollen dass wir denken dass unsere gedanken die wir gedacht haben die gedanken sind die wir jetzt denken denkst du das links verteidiger die zwei und rechts die 8 ach so nein rechts die 8 ich habe gar keine 8 mehr klar ich habe gerade 7 und 9 gesagt vorhin habe ich 7 und 9 gesagt in den linken flügel die neuen in den rechten flügel die sieben so im verteidiger 3 und 4 pack einfach irgendwas rein ist eh hoffnungslos mein spiel 3 und 4 ja ist hoffnungslos so bei dir kommt rein 5 und 2 warum nehme ich ja gut ins tor kriegst du die neuen ja wenigstens eine du bekommst ins tor die 6 wie viele hast du warte 1 2 3 4 5 weißt du was das lustige ist du sagst du ja das war der eine in verteidiger und er sagte zu 2 noch mal der andere in verteidiger 10 11 12 11 und 12 von beides z ms und direkt am anfang da hast du auch den rechten stürmer gleich richtig hingestellt das sind wir uns im spiel gibt's denn grad für pro es gibt 125 kassets ich mach wieder profi ne und damit geht das spiel los lauf über die flügel das muss doch elf meter geben und es gibt man was ich gar nicht freuen david ich führe auch bei mir ist gleich ende fünf minuten nach spielzeit bei mir wieder drei das und vier minuten mehr spielzeit bei mir stand am ende 2 zu 1 als ob bei dir jetzt ja 6 zu 1 ach du scheiße ja okay dann würde ich sagen wenn euch dieses video hier gefallen hat dann lass doch ein leichter shop beim jannik vorbei und ja bis zum nächsten video ciao haben sie zahlpflichtige waren dabei nö ja nö wieso nö da bin ich mir auch nicht einig wieso ja